Gelber Schleim in der Nase ist für viele Menschen ein Alarmzeichen für eine bakterielle Infektion. Aber stimmt das überhaupt? Bei einer Erkältung ist das Nasensekret zunächst noch wässrig und klar und wird dann in der Regel weißlich trüb und zäh. Fährt sich der Schleim aus Nase oder auch Rachen später gelb oder grün, zeigt das zunächst nur, dass das Immunsystem gegen den viralen Effekt ankämpft. Aber warum ist der Schleim dann gelb? Die gelbe Farbe des Sekrets wird von abgestorbenen Immunzellen und abgetöteten Erregern hervorgerufen, die über den Nasenschleim entsorgt werden. Tendenziell finden sich in gelbem oder auch grünem Schleim zwar häufiger bakterielle Erreger als in klarem, aber längst nicht immer. Gelber Nasenschleim bedeutet also nicht, dass in jedem Fall eine bakterielle Infektion vorliegt. Kommen allerdings Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit, ein erhöhter Puls und Schmerzen hinzu, kann das ein Zeichen dafür sein, dass sich zusätzlich zu den Viren auch Bakterien auf der gereizten Schleimhaut angesiedelt haben. Dann kann die Gabe von Antibiotika nötig sein.